so alle gelegt und jetzt nichts wie raus hier gotcha this time Das war's für heute. Snake! Snake! Why'd you come back? Snake! Huh? Snake! This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The Philosopher's Legacy. This microfilm contains only information regarding the Legacy. You might say that this film itself is the Philosopher's Legacy. It was the smell that gave her away. No. Not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes. She was an obedient one. She is my precious little pet. Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. Ah! I should've known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the Philosopher's Legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. During the last great war, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects. Enough to fight the war five times over. That wealth is the Philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the Philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the Philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up, and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret, and obtained the microfilm. With this money, and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad, and Granin's research facility. But that worthless fool, Granin, failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog, Sokolov, and his invention, the Shagohad. My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss, and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift, and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohad and the cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohad and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. Take good care of it. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. Er muss eine Art von Sabotage machen. Ich werde mal schauen, ob es gibt irgendwelche Sorgen für uns. Ich werde auch von ihr auswählen. Geh alles zu mir. Geh wie ein Krieg, Volgen. Aber natürlich. Ich werde ihn aufwählen. Ich habe das Moment gewartet. Es ist Zeit, um zu einfachen. Ah, ah, ah. Keine Judo mehr. Keine Judo mehr. Keine Judo mehr. Enough of this. Er ist mir. Du wirst hier stehen und schauen. Entschuldigung? Bitte, Colonel. Ich werde... Silence! Ich werde dich beschreiben. Ich werde dich die Verlangen. Wir beginnen, können wir? Das ist eine once-in-a-lifetime-battle. Wir machen es ein guter. Es ist nur du und ich, jetzt. Und ich werde das Spaß machen. Was ist das? Nein! Ich werde das Spaß machen. Denn wir brauchen, glaube ich, ein paar andere Waffen, würde ich sagen. Ähm, die bringt mir gerade nix. Ich würde sagen, die Scorpion haben wir eh dabei. Wir nehmen mal die noch mit rein und dann sollte das erstmal passen. Denke ich. Äh, zack, wir werden auch mal gleich die Scorpion am besten ausfählen. Boah! Au! Au! Alle, du Hure! Hä? Alter, ohne Spaß. Ich bin gleich eh tot. Nerv. Nerv. Äh, warte kurz. Alter, ohne Spaß. Ich bin tot. Hä? Warte mal, wie muss ich denn das machen, Alter? Ja. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz... Der Kampf war, glaube ich, nicht schwer. Immer ein bisschen auf Abstand halten. Ich muss halt seinem komischen Kack da ausweichen. Frage ist, wie? Hä? Achso. Äh, so. Ich weiß nur nicht genau, wie. Da müssen wir gleich hinterkommen, irgendwie. Alter, das Ding trifft mich immer. Ha. Okay, warte ganz kurz. Ich brauche irgendwie einen Tipp. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. ρχ, ich denke es ge Gogern für löser Mümmrich und Schrocken. Ich bin von Schrocken mit Schrocken im Schrocken. die Würfe in der Schrocke wird erneutert und die Schrocken wird erneutern. Aber er sollte sein Klimtes nur zweitern wie schon nach einer Stabilon von Schrocken. Genverte die Schrocken und schrauben ihn vonивалen. Oderées aufzörer ihn direkt mit guckstern oder CQC. Und nicht vergessen, denn der Zeit für den Sippen muss noch auf den Schrocken systemen von Schrocken. Als er erreicht ist, geht es durch. Du hast ihn ausprobiert bevor denn dann erst erinner. Okay, wie zur Hölle Okay, das funktioniert so nicht Ah, aua Oh, du bist so dumm, ey Oh, ich muss kotzen Kotze, 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 kotze Ha Ruf den Kot, what? Hä, warum trifft er mich da? Ohne Spaß, ne? Was hab ich denn jetzt für eine Wunde? Willst du mich verarschen? Okay, ich versteh den Kampf gerade noch nicht so ganz, was ich machen muss Aber ich weich erst mal nur aus Eine Schusswunde im Kopf, alles klar So, keine Ahnung, ist alles wieder gut Freut mich Äh Okay Das muss er anscheinend ein paar mal machen Warum wird mir Ocelot eigentlich auch angezeigt? Der kleine Lutscher Oh, den treffe ich jetzt auch einfach, weil der geht mir auf den Sack, der kleine Pisser Achso, hat er mich aus den Augen verloren, oder was? So, hier die Waffen schnell wieder wegpacken, damit er mich nicht treffen kann, dann ist alles gut Oh, ich glaub, ich hab ihn nicht getroffen Läuft Läuft So, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß Wieder zurück So Oh, fuck, Ocelot is dead Achso, das hätte nicht passieren dürfen, alles klar Fangen wir nochmal von vorne an, ist ja kein Problem, ne? Trotzdem Waffe kurz wechseln Alter, ich versteh den Kampf nicht Problem gelöst, Serie vorbei, läuft Okay, wir haben auf jeden Fall das Ding schon mal, das ist ja auch was Äh, genau, das ist die Waffe, die ich haben will Lol Alter, vor allem, ich komm gar nicht so schnell von ihm weg, ey, das ist voll dumm Snake ist echt so voll der Lahmarsch So, Schusswunde, das weg, das, das Ich brauch nicht alles davon Aber ist egal, ich mach's trotzdem Ich brauch eine Waffe erstmal, warte mal, weil mit der Waffe Ne, warte mal, das ist falsch Jetzt mach dann nämlich den hier Und das muss ich ein paar Mal machen Achso So Muss er nämlich eine kleine Pause, glaub ich, einlegen Na komm Na komm So So Ich glaub, wenn ich die Waffe dann noch habe Dann, äh, trifft er mich halt automatisch Lol, irgendwann ist das doch mal gut, oder? So Ausweichen Ach ja, irgendwann Müsste es aber mal gut sein Aber das interessiert ihn alles gar nicht Hm Alles klar, interessiert ihn nicht Es interessiert ihn einfach nicht Ah, das gibt mir auch nichts, alles klar Ah, fuck Das geht eigentlich Ah, er hat Schaden gekriegt, er hat Schaden gekriegt, er hat Schaden gekriegt Was macht er da? Ah Hure Warte kurz Warte, das ist Er ist ein bisschen nervig, dass ich mich immer wieder heilen muss, aber Was gemacht werden muss, das muss gemacht werden, ne? Er hat einfach Ah, ich nehm einfach Okay, jetzt kommt irgendwas anderes Komisches Was macht er da? Er hat aber nicht mehr so viel Zeit Okay, jetzt kommt er mit dem Scheiß schon wieder an Ja komm, mach mal was Jetzt rennt ja auch noch der Typ Flip schon aus Aha, blöd, ne? Ja, ich kann auch rennen Ich muss mich dafür nicht erst elektrisch aufladen Ah Ah, scheiße Nein Ich glaube, das war schon, das war einfach Just too easy Shoot him Do you hear me? I said shoot him Sorry, Colonel I'm afraid I can't do that What do you mean you can't? I made a promise to the boss Silence I am your commanding officer Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgen Volgen? Emergency Explosives have been detected All non-EOD personnel must evacuate immediately Ocelot Find those bombs Repeat Explosives have been detected All non-EOD personnel must evacuate immediately Move it Move it Huh Ready for some more snake? So Zweiter Versuch Den werde ich aber glaube ich auch nicht schaffen Mein Problem ist nämlich Dass ich ein Problem habe Mein Problem ist, ich kriege die Kugel nicht raus Oh fuck Scheiße Scheiße Fuck Ah, steht doch mal auf jetzt Ah, verdammt ey Ah, jetzt habe ich eh verkackt Ich dachte, er macht was anderes Ich glaube ich muss hier nur in der Mitte stehen bleiben, oder? Das könnte jetzt relativ eng werden Komm schon Oh nein Geht doch meine Fresse ey Pissnelke Oh nein Oh nee Ohู่ Oh nee Oh nein Oh nee Oh nee Oh nee Oh jean All personnel evacuated. Repeat, all personnel evacuated. Faster! This way! Everybody run! It's gonna blow! I'm out of here! Let's get out of here quick! Hurry! We're all gonna die! We all... Evacuate!